So, die Dinger habe ich übrigens auch noch nicht ausgeladen. Das heißt, das sollte ich vielleicht mal machen. So, und ihr, ihr könnt mal alle... Ihr hier, ihr könnt mal hier rein. So, und dann würde ich mal hier hingehen. So, und dann würde ich zack, zack, zack sagen. Ah, stopp. Hier rein. Schiffe kommen da hin. So, raus, raus. Kommt auch da hin. Ich muss die Siedler ausrotten. So, du kommst da drauf. Du kommst hier nochmal weg. So, und wir seien hier, STRG 2. Da drauf. So, du kommst bitte hier unten hin. Du kommst bitte hier hin. Und du kommst bitte da hin. So, 2. Geht da hin. 2. Geht da hin. So, es ist eigentlich nichts Persönliches gegen dich. Es tut mir echt leid, aber... Ähm... Ich brauche die Insel. So. Äh... Zack, zack. Info. Hier, Schiff. Danke. Raus mit dir. Raus mit... Na komm. Raus mit dir. Raus mit dir. 2. 2. 2. Krieg. Du. 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 Machen wir erstmal die Infrastruktur kaputt. Ich weiß, ich bin ein blödes Arschloch. Ich will einfach die Insel haben. Und die Mission ist ja schon gleich so gewesen, dass ich gar keine Chance habe. Also eins, hier. Zwei. Boah, die Hamburger. Die Schweine. Naja, nicht mehr lange. Also eigentlich kommen wir erstmal die Betriebe da oben wirklich weg. Also, ich bin ein Blödes Arschloch. Ok, dann machen wir hier STRG 3, so die 3er dürfen da hin, die 2er gehen hier weiter runter. So, die 3er machen die Häuser hier platt, dann gehen wir zu denen hier, Gehen ihr zu denen hier, Alter, voll krass stage. So, schauen wir was hier oben ist. Der Konkurrent erweitert seine Flotte. Ok, 3er macht mal den da platt. So, 2er macht mal den da platt. So, 2er macht mal den da platt, 1er macht den da platt, 2er da hin, 3er da hin, 1er hier hin, 2er da, 3er hier, 2er da, 2er da, so, 2er bitte den da. 1, ihr könnt eigentlich das Fischerding platt machen, 3er hier, die Kirche platt machen, dann das Heuchchen hier, dann die Feuerwehr, ok, 2 hier bitte den Steinmetz, 3 bitte das Haus, das Haus, das Haus, das Haus, 2 bitte den da, 3 bitte das Haus, 3 bitte das Haus, 1 bitte den hier, so. 1, ihr könnt ihr hier noch da hin, 1 geht noch da hin, 3 geht auf die Häuser, 2 geht auf den da, 2, das ist da hin, das ist da hin, das ist da hin, da hinten ist auch alles tot, so, 3 bitte das Haus, das Haus, ihr könnt bitte die Fischereibude hier platt machen, und ihr geht bitte auf, das da. Für euren Erfolg steht euch ein Triumphbogen zu Super, okay So, was kann ich jetzt theoretisch bauen? Ich kann theoretisch einen Marktplatz hinsetzen und zwar genau da hin und da hin So Wunderbar Wir speichern den Krieg Zack, wir speichern Kooperation Wir nehmen dieses Schiff Die beiden sind heile, das heißt das Schiff würde ich ganz gerne reparieren lassen Das heißt, du flitzt, piepelst mal hier runter Und was ich jetzt als erstes da oben bauen muss ist eine Tabakform Oder viele Tabakformen So Dann würde ich doch mal schauen Tabak Einmal Also warte mal So, einmal Und Nee, das geht einmal zu viel Verdammt Okay Würde ich eigentlich fast da sagen Hier irgendwie geht es mit dem Tabak So Dann würde ich ganz gerne mal die Kriegsmahle beseitigen So Und dann schauen wir mal Wie wir das mit dem Tabak machen Also da könnte ich theoretisch hin Also da kann ich theoretisch hin So Einmal hier Eins So wäre der nächste Und hier Also an und für sich Komm An und für sich Komm Zack Also Zwei Vier Sechs So rum Und so rum Da machen wir jetzt kein langes Gezeter Sondern wir setzen jetzt einfach sechs Tabakdinger hin Genau Wir setzen jetzt sechs Tabakdinger hin Einfach damit es darum geht Damit wir den Wo ist meine Werkzeugkiste? Da ist meine Werkzeugkiste So Es geht nämlich jetzt einfach nur wirklich da drum Dass wir den Tabak Da runter kriegen So Da hinten müsste man dann Steinmetze hinbauen Also Eins Zwei Drei Vier Fünf Also hier Zack Das wäre die erste Tabakform So Die nächste Tabakform Wäre ja quasi hier Dann würde man da Das vielleicht sogar so machen Damit man nicht Damit man einen Weg haben Also nicht direkt da dran Dann Dann so ein bisschen So ein bisschen eine Lücke Damit man einen Weg hat Da oben ist dann wieder Platzverschwendung Aber das ist mir ja gerade für den Anfang egal Und dann können wir da hinten Und dann können wir da hinten Die Insel besser planen Und da dann Alkohol Verballern Mir geht es jetzt wirklich erstmal nur da drum An Tabak zu kommen An Tabak zu kommen So Raus mit dir Raus mit dir Raus mit dir Raus mit dir Gut Dann würde ich hier auf dem Teil der Insel vielleicht sogar mal sagen Vernichtet Die Wirren des Krieges So Die Mauer kann bleiben Das ist okay Da unten Müssten wir sogar Steinmetze hinbauen können Das fände ich sogar fast sympathisch Aber bevor wir das machen Machen wir hier halt wirklich Bergbau Klick So rum Und das sind ja dann erstmal zwei Okay Also zwei Steinmetze Das wäre Das ist ja dann So rum So rum Untertitelung des ZDF, 2020